Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns heute mal wieder versammelt, um ein wahrscheinlich wieder unglaublich interessantes Video zu sehen. Vom neuen Gabe-Follower. Da haben wir in der Vergangenheit ja schon das eine oder andere gesehen. Abonniert den, der macht unglaublich geilen Content. Und das ist so mit einer der ersten Quellen, wo man mitbekommt, was denn demnächst so in CS2 vielleicht kommt. Vor 27 Minuten kam ein neues Video mit dem Titel Keychains in CS2. Remake of Tuscan and Cash. Leak of New Valve Game. Update in Counter-Strike 2. Ich, nur wo ich dieses Bild sehe, ich bin ganz, 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 ganz krass dagegen, dass wir Keychains ins Game bekommen. Das mag ich bei, das mag ich bei anderen Spielen schon nicht. Ich finde das nicht geil, wenn an deiner Waffe irgendwelche Lucky Charms oder so rumbaumeln. Ich hoffe, das kommt nicht. Können wir ja mal eure Meinung dazu dalassen, aber Keychains wäre ich überhaupt kein Fan von im Spiel. Wenn dann an deiner Waffe noch die ganze Zeit was rumbaumelt, das, das würde ich gar nicht fühlen. Aber wir schauen mal rein. Was der hier Neues zu erzählen hat, der liebe Gelbfollower. Link zum Video natürlich dann auf YouTube auch in der Videobeschreibung. Wir gehen rein. Every time a major update is released in Counter-Strike or any other Source 2 game, it's expected to contain a huge number of officially undocumented strings related to future updates or even Valve games. For example, half a year ago I managed to find orange-green weapon masks and suggested that they would be used to apply stickers to any location. So, congratulations to everyone who bought stickers back then and is now making a profit on cool crafts. I personally made myself a circle out of my stickers and a rainbow. Since we... Welcome to the clutch. We received one of the biggest updates in CS2, it naturally didn't become an exception. Hey everyone, Max at the microphone again, and today I will tell you all the most interesting things I managed to find. And while you have time, check out Skins Monkey. Use code Gaben and get up to a $5 bonus, select a few of your current skins, pick a new one in the same price range, and exchange your old and ugly CSGO items to something new and shiny from Counter-Strike 2. Use code Gaben and buy skins much cheaper with a 30 plus 5% top-up bonus. Skins Monkey. Links and my code down below. Since we've already started with stickers, in addition to custom positioning and rotation, the game has one more parameter for scaling them. To be fair, all parameters besides X and Y offset were also in CSGO, but they were used a very long time ago on the first DreamHack 2013 Souvenir Sets. Genau, das wussten ganz viele nicht. Das war die erste Souvenir-Kapsel, die wir je bekommen haben. Hier die DreamHack 2013 Souvenir. Nach dieser Kapsel hatten alle Sticker an dieser Position hier unten, sagen wir 1, 2, 3, 4. Position des Stickers, immer gleich da drauf. Nur bei dieser allerersten Souvenir-Kapsel waren die teils ein bisschen anders rotiert. Ich denke, das zeigt er hier noch. Das ist so ein netter Fun-Fact, was diese Souvenir-Package auch so besonders macht. Da wäre ich auch kein großer Fan von, wenn du Sticker dann auch noch scalen könntest. Ich meine, bei manchen Waffen würde es ein bisschen besser aussehen hier vielleicht, wenn der Sticker hier was größer oder kleiner wäre. Aber wenn du dann zusätzlich auch noch Sticker größer und kleiner machen könntest, also irgendwann reicht es, finde ich auch. Ich finde das cool, dass du jetzt die Sticker da placen kannst, wo du willst. Dadurch hast du mehr Freiheiten, um ein paar coole Sachen zu machen. Aber du kaufst ja einen Sticker, der hat ja eine bestimmte Größe. Wenn du den dann beliebig noch größer und kleiner machen kannst, stell dir mal vor, du kannst ihn unendlich groß machen. Dann könntest du eine komplette Waffe mit einem Sticker bemalen. Ich finde, das braucht man nicht. Ich finde, das gibt zu viele Möglichkeiten und macht gerade so viele alte Crafts dann irgendwie auch kaputt. Das fände ich schade. Also ich finde, mit dem Custom Sticker Placement, ich finde, das reicht vollkommen. Or it has been completely abandoned. On the remake of the Arms Race map, in the room where the luggage belt controls are located. Yes, if you didn't know, you can turn them on, change the direction, to jump to the upper level and turn them off. There is a small Easter egg. There is a keychain with a New Zealand SS Agent hanging on the key. Upon seeing this... Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Gut, ich war da unten, aber das habe ich nicht gesehen mit der Keychain. Oh, bitte nicht solche Dinger noch an Waffen dran, ey. Ey, dann... Also das wäre dann irgendwann echt zu viel. Stell dir mal vor, an der Glock hier unten baubelt dieser Dödel da noch dran. Also ich finde, das braucht man wirklich nicht. Bitte, bitte nicht, ey. Ich meine, gut, ich muss es ja nicht an meine Waffen ranmachen, aber wenn ich dann irgendwelche Waffen aufhebe im Spiel, wo so ein Ding dran baubelt, mich wird das massiv abfacken. Vielleicht kann man es auch in den Settings ausmachen, kann es bei Stickern ja aber auch nicht, aber ich will nicht irgendwelche Waffen spielen, wo dann so ein Anhänger dran rumbaumelt. Zealand SS Agent hanging on the key. Upon seeing this, an ordinary player will most likely say, Oh, cool, and forget about it in like 5 seconds. But I wouldn't be me if I didn't try to dig up something interesting. Firstly, the developers like Jackie's post with a screenshot of the keychain. Whatever that means. Secondly, many people probably don't remember this, but 7 years ago, on June 20th, 2017, in a regular CSGO update, there was a sudden mention of keychains or charms on weapons. And not just some text in the code, but a mention of 6 models for keychains. A.K. Stimmt, das habe ich schon mal gesehen, aber es war 2017. Ich meine, jetzt sind wir 7 Jahre später und wir haben die noch immer nicht im Game. Keychain für Granaten, sogar Plasma Ball, Sugar Skull? Aber was soll das denn noch alles sein? Ey, ich hoffe einfach nicht. Banana, Bloodhound, Grenade, Plasma Ball, and Sugar Skull. Bloodhound is a reference to the operation logo, so like the skull of some animal. And Sugar Skull is a reference to the sticker collection of the same name and the symbol of the Day of the Dead in Mexico. The mention of several compiled models means that the developers went a little further than early prototypes. The same update also included early mentions of the survival mode and many items that eventually became part of Danger Zone. So even though there haven't been any new mentions of keychains since then, the developers very often like to refine or reuse old ideas. Especially with the release of Counter-Strike 2 when they don't hesitate to add new content and update old systems like loadout or new sticker placement. And since we're talking about cosmetics, the files also contain lines for workshop tools that hint at custom skins for knives and gloves. This means that either the developers have made publishing and working on skins a bit more convenient for themselves. Or in the future, in the tools for publishing their own skins, the community will have new options in the drop-down menu where you can choose a specific knife or gloves. Since CSGO, this has been one of the most popular requests from the community, and if you look at the history of how skins have evolved, you can assume that Valve is tired of coming up with new ideas on their own and art. Stimmt, aber ich noch nie drüber nachgedacht. Es gibt halt Community-Made-Skins, aber es gibt keine Finishes für Messer oder Handschuhe, die Community-Made sind. Aber hier steht nicht nur, you can upload your own Weapon-Finishes, sondern Custom-Knife-Models. Also du kannst eigene Knife-Models sogar dann vielleicht irgendwann mal hochladen. Wobei das ist das allererste Update. Das ist schon zehn Jahre her, dass das Ding hier kam. Aber so ein Community-Made-Knife, also wir reden jetzt nicht von irgendeinem Pattern wie Gamma-Doppler, Fade oder Slaughter, sondern von einem 3D-Artist, ein Custom-Knife-Model für CS, das wäre auch sick. Stell dir mal vor, du bist krass im 3D-Modellieren und du kriegst einfach dein Knife, was du designt hast, in, keine Ahnung, was man da jetzt noch benutzt, Blender wahrscheinlich, einfach in Spiel. Das wäre ja crazy. ...are delegating this task to Skin-Makers. However, I was extremely surprised that they didn't add Community-Graffiti in this Update. There are already hundreds of interesting options in the Workshop, but the developers decided to postpone them for later. Maybe similar to Stickers in the future, we will see some new spray-painting mechanics. The Panorama-Interface files mention the task and map with the S2 posefix. All maps with this posefix eventually get... Und wo wir gerade bei Tuscan sind, die hat ja Catfood gebaut, der auch meine Deal-or-No-Deal-Map oder mein King-of-the-Trill-Map gebaut hat. Wir werden heute noch ein Sub-Wars machen, wo ihr wieder eine Tastatur von Asus gewinnen könnt. Der hat nämlich wieder eine neue Map in den Workshop gepackt. Das ist jetzt noch Alpha-Alpha-Alpha-Edition, die heißt DE-Mills. Die werden wir heute im Sub-Wars spielen, da könnt ihr wieder eine Tastatur gewinnen. Den könnte ich ja mal behind the scenes so ein bisschen fragen, ob der mir ein paar mehr Infos zustecken kann zu Tuscan in Source 2. Aber ich denke auch, dass die reinkommen wird. Die war ja nicht lange in CSGO. Wäre cool. Also Tuscan hätte ich gern wieder im Spiel. ...ein full Remake. Und considering that before the release of Counter-Strike 2, the developers bought the rights to Anubis and Tuscan for 150.000 dollars each for CSGO. They are unlikely to forget about their investment and we will see a full Remake in the future. Speaking of Remakes, as I mentioned in the previous video, FMPone has started actively working on... Das haben wir im Streamer auch schon gesehen, für die, die es nicht mitbekommen haben. Viele Leute warten ja auf Cache. Und der mapper von Cache, FMPone, der arbeitet jetzt, nachdem er DE-Terra fertig gebaut hat. Also der Remake von Santorini arbeitet der jetzt an Cache. Der fängt an in der Mitte zu bauen. Also das ist das Einzige, was bisher so aussieht. Nur die Mitte kann man sich angucken. Die sieht auch schon ein Stick aus. So, ihr seht da zum Beispiel, hinter der Tür da passiert nix. Auf der anderen Seite wird man hier oben gleich das Loch noch sehen. Da ist noch nix hinter, also das nur die Mitte. Wie findet ihr das optisch? Ich war nie ein großer Fan von Cache, weil mir die Optik nicht so gefallen hat mit dem Grauen und so. Das ist noch immer ein bisschen... Ja, wie nennt man das denn? Nicht eintönig, aber so ein bisschen trist irgendwie. Aber ich finde mit den Steinen hier oben, die hier mehr ins Brauner reingehen, finde ich schon ein bisschen besser. Und der sieht natürlich auch moderner aus. Bei Cache auch immer so nackt. Das war alles so glatt gebügelt und so. Der sieht auf jeden Fall moderner aus. Engine. The map will be developed based on the original version in CSGO 2013. This means the best combination of a gloomy Chernobyl-Industrial-Zone. So, das fand ich so krass. Guck mal hier unten, ich gehe nochmal ganz am Anfang. Mitte unten. Hier der Schacht ist natürlich noch da. Guck mal, wie anders der Aufgang hier aussieht mit den Bricks, die hier überall rausgebrochen sind. Das hier ist abgerundet. Das hat eine Rundung hier. Das ist wie so ein Schornstein. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann hier. Das ist rund. Da frage ich mich dann, wie wohl Granaten davon abbouncen werden, wenn man die hier reinzimmert. Ob das halt glatt gebügelt ist oder ob die da drin verschwinden können und so. Und das Fenster in der Mitte oben ist weg. Da ist jetzt nur noch so ein kleines Loch hier oben, wo man vielleicht, ich glaube aber, ich glaube das wird nur für Granaten da sein. Und ich glaube nicht, dass man da boosten kann und stehen, weil das ist so winzig klein. Technologie ist. Ich glaube fast nur, dass sie das offengelassen haben, dass du als CT, wenn du aus dem Spawn kannst, da eine Granate durchwerfen kannst und Mitte zum Beispiel zu smocken. Aber das wäre schon der erste massive Gameplay-Change, dass der Mitte oben das Fenster weg macht. Das war vorher auf der Höhe so, würde ich tippen. Und das ist sehr klein. Also es würde mich sehr wundern, wenn man da durchpeaken könnte, weil das wäre einfach nur ein kompletter Headlitch-Engel. Oh mein Gott, da stand was von Danger Zone. Wo war das hier? Hier was mit Survival. S wie Danger Zone Team Count. Oh mein Gott. Das ist ja das, wo ich noch drauf hoffe. Danger Zone zurück auf Source 2 Engine kannst du wahrscheinlich sehr viel mehr Leute auf einem Server spielen lassen. Größere Maps. Oh, Danger Zone mit mehr Teams. Vielleicht auch im 3er oder 4er Squad. Das wäre so geil. Ein Battle Real mit CS Mechanics, aber so groß wie PUBG oder sowas. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben, aber Danger Zone hätte so viel Potenzial. Ich fand Danger Zone so schon geil. Wenn das noch größer werden würde, das wäre insane. Oh, das wäre so lecker. Bunch of JS Scripts imported Arms Race and Deathmatch to a new tool foundation called Pulse, which I have already talked about dozens of times before and which is a visual, node-based programming similar to Blueprints from Unreal Engine. Interestingly, one of these JS files mentions the VIP Escort and Escape modes. For those who don't know, both of these modes were once part of previous Counter-Strike games, but were later cut. As Zuul correctly noted, these particular lines may be leftover mentions from old games, but just a couple of updates ago functions with the same name appeared. Considering that the developers have stated that they plan to experiment with new modes, maybe we'll see a reimagining of VIP or Escape in the future. At the same time, chickens receive several new animations such as Bunny Hop, Swimming and Crouching. They are currently not used and are most likely just a minor upgrade. But maybe we will get some new mechanics or game mode in the future as there have already been mentions of some kind of pets in the code. And the biggest find in this update is the new hair system. Three suspicious materials related to hair have appeared in the core pack of the engine, but they don't have the necessary textures and shaders yet. In Half-Life Alyx, all hair materials use the standard VR-complex.vfx shader. So apparently, well, also das ist auch sowas, was ich gar nicht verstehen kann. Weil es in CS so unwichtig ist, ob bei so einem Model die Haare dann irgendwie im Wind oder wenn er läuft, so hinterherziehen, so ein bisschen wie bei, ich glaube bei Valorant haben die das auch auch, oder? Die Charakter. Wenn da die Jets so rumfliegt, fliegen bei der die Haare nicht auch so ein bisschen her. Das ist halt für CS so unrelevant. Deswegen kann ich mir da auch noch gar nicht vorstellen, also ich kann mir kein CS vorstellen und Model irgendwie von links nach rechts geht und das letzte was sie siehst, bevor das Model hinter der Wand verschwindet, sind die Haare, die dem Model hinterher fliegen. Da wird doch jeder nur den T spielen, der die Glatze hat. Das zwei T mit dem dicken Schnäuzer und der Glatze. Da wird sie doch keine Ava oder so spielen, wo die Haare hinterher flattern. Bin ich mal gespannt, was sie damit machen. Vor allem, also ich würde mal vermuten, dass das halt wahrscheinlich auch FPS zieht. So apparently, Valve Developers are working on a separate PBR, possibly Filament Shader and Hair Materials for Source 2 games, not necessarily for CS 2. Most likely, the CS Post Fix means Compute Shader, which means that this shader is calculated on the GPU or video card for better optimization. Based on this hair processing material related to complex math calculations such as dynamic hair simulation, their physical interaction with the character and environment during player movement or under the influence of wind or other situations. Hair Render Volume Material related to volume rendering for simulating thousands of individual hairs at once without additional performance costs. Hair Shading The material needed to correctly calculate the interaction of hair with light and shadows. For example, refraction of light soft scattering through thin hair or natural shine from the sun. In addition, there are a bunch of strings related to the rendering of individual hair strands. Their shading volume and density texture maps voxel collisions and splitting each strand into several segments. Taken together, this should look very similar to the hair technology from the frostbite. Was is das für ein Spiel hier? Das sieht ja ultra sick aus. Was ist das für ein Spiel? Alter, das sieht ja ultra sick aus. Was ist das für ein Game? Weiß das einer? Nikwetz, Appleman und Taka, dankeschön. Lara Croft Tomb Raider, ja, das war auch das, was ich gedacht hatte, aber das Outfit hat mich ein bisschen abgelenkt. Taken together, weil ich noch immer das erste Tomb Raider Outfit im Kopf habe. Either this should look very similar to the hair technology from the frostbite engine. It is important to mention that this is not necessarily related to CS2 and it may turn out to be a feature in any other Valve game. Surprisingly, in the same update, an interesting icon appeared with a hound die that came out to touch the grass. This icon is used for entities in the hammer to create maps. Judging by the name, this entity is responsible for changing some behavior of the NPC. If you zoom out the icon far enough, it looks like it's not art but a full-fledged 3D render. The last time this guy appeared in an official game, was in the first Half-Life. But this render looks much more detailed and a bit like the models from Half-Life Alyx. Interestingly, about 9 months ago, another icon AI Goal Siege was leaked in the CS2 files which is rumored to be related to Neon Prime and serves as a goal or some kind of point that NPCs must capture. Considering that Neon Prime, codename Citadel, has a direct connection to the Half-Life universe. It can be assumed that the previous entity icon with the Hound Eye also has something to do with this game. And of course, in the same update, there are mentions of two future Valve games. The first is Neon Prime. Codename Citadel with hints at multiplayer, a game lobby in the main menu for multiple players, melee weapons, switching between single and automatic fire, weapon attachments, different battle lines like in Dota and a minimap. An HLX or Half-Life X, basically nothing new, just a mention along with some sound file. Leave a comment with monkey emoji if you watch this. Okay, also das letzte hatte jetzt nichts mehr mit CS zu tun, sondern mit anderen Spielen, die Valve vielleicht gerade guckt. Okay. Ja, was war jetzt wirklich exciting? Also Keychains, wäre ich sehr hart dagegen. Ich hoffe nicht, dass sie kommen. Sticker oder Sticker Sizes größer, kleiner machen, finde ich, muss auch nicht sein. Das war ganz cool hier mit den, dass mehr Community-Sachen vielleicht ins Game kommen. Neue Maps haben wir auch gesehen. Wie lange brauchst du eine FM-Pone jetzt, um die noch fertigzustellen? Ich glaube, das werden noch ein paar Monate sein, bis die Cache ready to play ist. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die dann einfach direkt ins Game kommen, bevor der da irgendwie einen Playtest macht. Der auch nicht das erste Mal das Valve das so macht. Okay, aber wieder einige neue, spannende Sachen gelernt. Gamefollower. Ich schicke euch den Link in den Chat. Lasst ein Like da. Armin ist im Chat und sagt, er will Keychains haben. Mal schauen. So langsam tut sich ja ein bisschen was in CS. Haben jetzt immer mal wieder was Neues bekommen. Ich denke mal, bis zum Major wird jetzt nicht großartig was passieren. Und dann gucken wir mal. Ich habe heute ein bisschen mit Catfood noch bei WhatsApp geschrieben. Der sagte, einer der Gründe, warum jetzt noch nicht so mega viele Community Maps erschienen sind, obwohl das Game jetzt ja auch schon ein halbes Jahr draußen ist, ist halt, dass ganz viele der Mapper erst mal mit den neuen Tools klarkommen mussten. Das war wohl gar nicht so einfach, sich da umzugewöhnen. Aber er ist ja mit vielen von denen in Kontakt und weiß, dass da sehr viele schon am Kochen sind. Also ich denke mal, in den nächsten zwei, drei, vier Monaten wird auch im Steam Community Workshop einiges Neues kommen. Und eine von den Maps, zumindest die Alpha Version von catfoods.de Mills, die schauen wir uns heute im Sub-Ross an. Mal gucken, was dieses Jahr noch alles passiert in CS.